Hallo und herzlich willkommen zurück zu Riccardo. Nein, doch nicht. Ist irgendwas kaputt hier? Was zur Hölle war das? Herzlich willkommen zurück zu Hardware und hier ist irgendwas kaputt geworden. Der Umwandler. Ja, das kennen wir doch. Guck mal. Oh! Die Dinger sind rausgekommen. Ja. Noch mal treten? Ja, ich habe doch die guten Schuhe an. Ja, aber die klappen, glaube ich, nicht immer. Bei Riccardo haben die auch nicht immer, sind die auch nicht mehr explodiert. Ich glaube, die haben eine gewisse Proc-Chance. Ja. Jetzt so tot. Das ging schnell. Also das Glas ist kaputt. Mach nochmal den Umwandler. Das ist jetzt falsch, ne? Der Umwandler ist falsch. Wir müssen in den Raum. In welchen Raum? Geh nochmal in den Raum, wo... Das geht nicht. Wir lösen das Rätsel heute noch. Keine Angst. Geduld. Geduld. Geh nochmal in den Raum. In welchen Raum? Komm zu mir. Ja, ja, ja. Dann nach rechts. Da, wo wir Huey durchs Loch geschickt haben. Aha. Da müssen wir jetzt nochmal hin. Das war wo? Ja, lauf einfach. Ich lauf einfach. Wo wir die Türe eingetreten haben. Weil da haben wir noch nichts benutzt. Es sei denn, es gibt einen fünften Kessel. Keine Ahnung, du. Und wenn es keinen fünften Kessel gibt, dann muss das der, der Richtige sein. Dann muss das der? Dann muss das der Richtige sein. Äh, nein. Nein, nein. Nicht? Nein. Hallo? Da lang, ja. Nee, doch nicht. Ey. Dann zu mir. Ey, ich kann mir doch nicht alles merken. Ey, das heißt Schloss, ey. Ähm, wir müssen die Treppe hoch. So viel stehen. Das sind ja nicht verarschen. Ja, tut mir leid, ey. Dann doch wieder zurück. Nein, echt? Links. Was ist denn da? Da oben. Ach so. Da oben haben wir ja schon benutzt, ne? Ja. Was war denn das? Na, das war der Raum, den Jui uns geöffnet hat. Da haben wir es schon benutzt, oder? Ja, ja. Als zweites. Ja? Gut. Ja. Ja. Ja? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Oder? Ja, ich glaube. Komm, jetzt mach es. Nee, jetzt geh ich da noch mal hin. Die Frau macht mich fertig, ey. Euch auch, ne? Kann ich verstehen. Ich weiß aber wohl nicht mehr. Maul. Nicht, dass man jetzt irgendwas übersehen. Wir sehen immer was. Wir sehen. Ja. Da haben wir schon benutzt, ja. Da links lang, oder? Nee, war. Kannst du mal was einklicken hier irgendwie? Hier haben wir uns nämlich gar nicht so richtig umgeschaut. Natürlich, ich hab mich da voll umgeschaut. Nee, gar nicht. Du hast auf den Tisch, hast du nichts angeklickt? Natürlich, alles. Echt? Ja. Der Tisch ist mit seltsame Forschung. Ach so, okay. Ja. Welche Art von Forschung können wir? Okay. Dann gehen wir raus. Danke. Dann doch wieder, äh, in den Raum, ähm, die wir da, wo wir der Tür eingetreten haben. Entschuldigung. Und dann, also wenn's da nicht geht, dann, keine Ahnung. Nee, da sind wir hier gekommen. Naja, da wollte ich ja hin. Nein, da hab ich dich aber falsch gemacht. Äh, falsch, falsch geleitet. Hier lang, ja. Super interessant. Glaub ich zumindest. Oder? Ja, bestimmt. Ich bin jetzt total verwirrt, ey. Ich bin total verwirrt. Ach Gott, ist das so viel Rätseln, so viel Rumgelaufe, so viel Nachdenken. Das ist mir auch nicht mehr gewohnt. Harding Ground ist das Dark Souls der grauen Zellen. Nein, das ist mal hell gekommen, da ist der Umwandler. Oh, lass mich doch mal irgendwo langlaufen. Du hast anscheinend auch keine Ahnung. Ja, halb. Halb. Halb-Ahnung. So. Jetzt nach links. Und dann sind wir nämlich da. Ich hab schon hin. Okay, du schaust. Ganz noch was in die Mare trotzdem gehen, da kann ich schauen. Also jetzt nach links und dann nochmal nach links. Genau. Sag ich doch. Voll richtig. Total. Hab ich, ja, und hab ich gewusst, im Meer hab ich das. Ah, pass auf, Junge. Das Wort Handy, äh, du hast nur voll die Hauptstabse rausgerissen. Ach so, guck mal an. Oh ne. Abgesehen davon, weißt du, hoffentlich wie spät ist, ist ein Kurs einfach noch Fände. Nein, das stimmt. Na, jetzt weiß ich, wie spät ist es doch. Und wann haben wir angefangen? Äh, weiß ich nicht. Weißt du nicht. Ja, aber jetzt kannst du es doch anhand dessen... Ne, fünf Minuten oder so, würde ich mal annehmen. Ich glaub's. Äh, und da... Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass das da irgendwas ist? Das sieht aus, als würde da was runtergehen. Das sieht aus wie eine Tür. Halle, ja, oder sowas. Äh, nicht Pfeiltür, sondern... Zersetzer. So, Zersetzer. Der anfängliche Schritt. Aber da hatten wir es doch schon drin, oder? Naja. Dann probierst du nochmal. Mach ich auch. Na, aber hast du noch einen anderen Vorschlag? Ich hab keinen anderen Vorschlag. Silber, ernst. Es ist doch zum Kotzen, ey. Das ist ja einfach nur ein Bug. Ja, mach's nochmal. Na, klappt doch nicht. Na, dann... Wo war denn noch so ein Scheißkessel? Na, als wir das Video geschaut haben, damals... Ja, ja, aber war das nicht... Aber ich weiß nicht, ob der funktioniert. Und der war sonst wo, ey. Da müssen wir jetzt zurück zum Golem, quasi. Der Boden sieht aus, wir können da jeden Moment einbrechen. Ich bin zwar kaum übergewichtig, aber ich will es lieber nicht riskieren. Ja, kaum übergewichtig, ja. Oh nein, 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 Huey. Was? Der wartet doch bestimmt hier auf uns. Ja. Tatsächlich? Du kannst ihn kaputt treten, aber schaffst du ihn, ja. Wenn ich wüsste, was du warst. Los, Huey! Zack, zack, zack. Tritt ihn, lass dich doch nicht treffen. Nimm was, nimm was, Mann, nimm was. Oder tritt so lang, bis er kaputt geht. Was denn? Kamille, was denn sonst? Du brauchst Gesundheit. Oh. Und... Ja, nebenher brauchst du es erstmal nicht. Alter. Ich kann das machen, schon die ganze Zeit nicht. Verkackt hat sie es, verkackt. Jetzt läuft sie eh. Du hast gesagt, ich soll ihn treten. Ja, ich hab's holen geschafft. Gestern. Wir sind gleich tot, oder? Ja. Äh. Das ist ein bisschen kacke. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße, Mann. Scheiße. Na toll. Hast du toll gemacht. Du hast gesagt, ich soll gegen ihn kämpfen. Ich wär weggerannt. Nein. Ich dachte, du kriegst es hin. Ja, ja. Ah. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Ja, ja. Ja. Mal gucken, wie spät es ist. Wie was? 49. 49. Sieben Minuten. Das wird knapp, du. Deine Mutter. Wir haben das letzte Mal richtig gespeichert. Glaube ich. Ja, ist nur schon ein Weichen her. Nee, aber ich glaub, die Frage ist halt, ähm. Hab ich dann nochmal gespeichert oder nicht? Ich glaube, ja. Nein. Ich hab glaube ich nochmal gespeichert zwischendurch. Warte mal, das lade ich mal so. Nein, aber da waren wir viel weniger weit. Nee, ich hab doch zwischendurch nochmal gespeichert. Hast du doch gar nicht gesehen. Dann sehen wir uns kurz im Großformat. Äh, jetzt. Ähm. Nee. Und dann seht ihr uns jetzt. So, ich muss auch trotzdem hingucken, weil ich muss ja das Ding laden hier. So, da sind wir jetzt hier. Ach Gott, bist du schlau. Drei, zwei, eins. Und dann sind wir jetzt quasi wieder am Mausoleum. Ja, ist ein Stückchen. Äh, wir machen den Port jetzt aber noch zu Ende. Achso, hier muss ich doch eigentlich gar nichts machen, oder? Kann das sein? Ähm. Na, zum Mausraum müssen wir jetzt wieder, ne? Quasi. War das hier lang? Hey. Nein, äh, ins Mausoleum müssen wir jetzt. Ins Mausoleum. Da oben. Ja, ja, mach ich doch. Ähm. Dann machen wir den Port jetzt noch zu Ende. Machen den Rest, den wir jetzt nicht schaffen sollten, offscreen. Nein, wir machen nichts offscreen. Ja, das ist doch scheiße. Ich will nicht, dass irgendwas offscreen gemacht wird. Dann können die den Port vorher nochmal gucken. Na und? Das ist doch kacke. Nein. Dann machen wir den Port nochmal. Ja, dann mach, was du willst. Ich muss es ja machen, letztendlich. Deswegen. Ja, ähm. Das wollen die Leute aber nicht sehen. Ja, eben. Ja, die wollen nicht sehen. Also, die wollen sehen, wie man verkackt, oder? Ach, naja, nee, nicht bei dem Spiel. Natürlich. Das ist ja alles nur sinnlos jetzt. Das ist sinnlose Zeitverschwendung. Nichts ist sinnlos. Ähm. Du läufst falsch, oder? Nein. Sicher? Nee. Ja, mach. Ähm, naja. Okay, machen wir halt. Die Frage ist jetzt, also die zwei Verbliebenen, die, ähm, ja, was nennt man das? Kessel? Kessel, ja. Die halt nicht geklappt haben, müssen quasi für andere Dinge. Und ich bin mir fast sicher, dass, naja, muss es ja im Prinzip, äh, muss ja im Prinzip so sein. Damals, als wir das, den Film da geschaut haben, haben wir ja dadurch diese Kombination für die eine Tür da herausgefunden, ne? Weißt du, wo ich mein? Nee. Und davor stand auch ein Kessel. Echt? Ja. Ach, echt? Und das ist schon ein ganzes Weichen her. Oh Gott, ist ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo das genau war. Das war auf jeden Fall noch mit Daniela. Ach so, muss ich nennen? Und links, ach so. Äh, nee, nicht da lang, das ist ein Zweiten. Ja, warum gehst du jetzt wieder zurück? Na, ich jetzt gerade einfach irgendwo, äh, was ist denn das da? Da geht's. Zu Ricardo? Zu Ricardo, ja, kannst du da hin, da kannst du hingehen. Warum? Da müssen wir hin, da ist der erste Kessel. Da ist aber Ricardo auch. Ja, kann ich nix dafür. Kann ich nix dafür. Kann ich nix dafür. Du kannst mal, ich weiß nicht. Okay. Also war da wahrscheinlich da, auf der anderen Seite, ne? So, da ist jetzt der erste Kessel. Äh, ja, weißt du das noch? Ja, kannst trotzdem mal, nee, kannst ja nicht, ne? Kannst ja nicht benutzen. Äh, da müssen wir mal gucken, wo der Typ ist, ja. Okay, da ist er. Um der Ecke. Jetzt versuchen zu treten, ich weiß nicht, ob du das... Oh, na. Mann, lass mich in Ruhe. Weiß nicht, ich muss mal irgendwie... Mann. Gucken, wie du das machst. Ja, ja, ja. Na, das ist halt doofe Kameraeinstellung hier. Weiß nicht, geh doch mal zu ihm und nicht weg. Ja, ich will erst mal, dass er angreift. Ähm, zieh die Stiefel an, zieh die Stiefel an. Die hast du, glaube ich, noch nicht drin, oder? Doch. Doch, hast du jetzt. Scheiße. Los, Select, Select. So, kannst du? Nein. Zack, 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 zack. Genau. Ähm, Kamille. Auf der anderen Seite. Genau. Okay, ja. Noch was? Nee, nee. Erstmal nicht. So, renne er zu ihm, oder schick Yui drauf, oder so. Ich kann nicht. Komm, 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 komm. Jetzt vielleicht was nehmen für Stress, ja, weiß ich schon. Ähm, was ist denn das hier alles? Muss mal gucken. Was mag das bewirken? Probier mal. Ja, gefällt dir nicht so? Ähm. Nee, guck mal, re, kreatio. Lebenskraft. Ah, nee. Mundus, mundus war das. Mundus, ja, ja. Stimmt. Da hat man uns doch noch gefreut, dass wir so viel davon haben. Ja. Kannst du dich bewegen? Nein. Komm, 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 komm. Was macht denn Yui da, ey? Weiß ich nicht. Ich will erst mal von ihm weg, weil ich ihn nicht sehe. Er ist doof. Okay. Komm, komm, komm. Jetzt, jetzt hin. Und treten. Komm, 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 komm. Jawohl. Okay, jetzt geht's zum Kessel und dann schnell weiter. Oh, ey, was ist das? Ähm, wahrscheinlich wieder so ein Ding, was er hatte. Ja, ja, aber ist doch gut. Wein, ja, gut. Nur Kacke, ey. Wo ist denn der Kessel da? So, da, ja. So, schnell Dingens drücken. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon machst. Das können wir, glaube ich, gar nicht. Das ist die Frage, ne? Probier mal. Scheiße. Das ist sehr doof. Das ist echt ein bisschen beschissen jetzt. So. Ja, du kannst jetzt nicht zurück, ne? Ähm. Hä? Da stehst du nicht nah genug dran, ne? Würde ich mal so. Äh, eigentlich schon, ne? Ich stehe quasi in ihn. Jetzt. Ähm. Ich frage, ob ich jetzt wieder zurück kann, oder? Ja, ich glaube nicht, ne? Also, wesentlich. Vielleicht ist er ja jetzt weg. Ist woanders rausgelaufen oder so. Oder ist die spawnt. Weißt du nicht, wie das läuft. Ob die wirklich... Das ist kacke. Das ist jetzt echt kacke. Ja. Der Herr kann ja nicht einfach hierher kommen. Und dann... Morg ich den hier fertig. Naja, hätte ich den im Prinzip. Aber wir müssen ja. Nein, wir müssen da rein. Bringt nix. Ja, ich weiß, er ist da. Vielleicht muss man mal kurz... Einfach mal kurz worten. Vielleicht geht er doch in eine andere Richtung. Ansonsten jage er dir jetzt hier nach. Und dann kannst du immer noch fertig machen. Neu, Jui? Gerade noch geknot. Probier mal, ob du rein kannst. Oh. Okay, dann schnell rein. Oh, welches schnagst du dran? Ja, ja. Mach einfach. Würdest du schon machen. Okay. Das klingt wie so eine Waschmaschine. Ist wahrscheinlich der Waschmaschinen-Sound bei Capcom gewesen oder so. Das war ein Späfel-Erz. Wunderbar. Haben sie wahrscheinlich im Hausfrauen-Simulator. Wo langt ihr jetzt hier lang wieder oder da nach oben? Ja, rechts, rechts. Sicher, ja. Ja, das war ja der erste. Entschuldigung. Das war mit dem Spaß beim Schneiden. Mit dem Husten? Naja, zumindest beim... Ich weiß nicht, wie laut es ist, weil es kommt immer eine rote Lampe. Das tut mir sehr leid. Beim Mikrofon ist es nie so geil. Lass mich in Ruhe. So, wo lang geht's? Nach links. Und dann zu mir. Und dann bist du zumindest im Zweiten. Sicher, ja. Ja, ja. Und dann müssen wir uns Gedanken machen. Wo... Weißt du noch, was ich meine? Genau. Ich weiß, was du meinst genau. Wo ist das? Das war doch beim Golem, ne? Das sind wir auf den Golem hingekommen, glaube ich. Weißt du, was ich glaube? Ja. Nee, doch nicht. Was? Dass wir... Daraus kriege ich jetzt Silber. Ja. Und dann müssen wir das... Schmelzen? Nee, na in dem... In den Ofen vielleicht legen? Nicht in dem, wo ich gesagt habe, da ist eine Tür oder sowas. Hatten wir ja eigentlich, aber... Wo lang da? Dahinlaufen kann ich jetzt noch... Zumindest so die Richtung. Was meinst du? Na, wo ich gerade gesagt habe, da ist eine Tür nach unten. Ja, und? Na ja, da können wir es jetzt nochmal versuchen. Was willst du denn da machen? Ach, lass mich doch und wo? Was denn da? Achso. Was war denn da nochmal? Haben wir das da noch nicht probiert? Achso, jetzt haben wir doch schon mal probiert da. Ich weiß. Ich denke aber nicht, dass es soweit zurück ist. Achso, hier war das mit den Türen. War da noch ein Kessel? Weiß ich nicht, probier. Da ist denn jetzt eh keine Gegner mehr. Doch, oder? Ach nee. Nee, da kommen wir doch raus, ne? Zum Mausoleum. Achso. Geh, nee, mach, mach, mach. Weil dann könnten wir... Ach ja, stimmt. Dann könnten wir von dem Golem aus. Das ist nicht so weit weg. Das ist ja im Prinzip recht nah dran. Okay. Das mache ich dann im nächsten Port, dude. Und im nächsten Port werden wir... Im neuesten Port. ...werden wir dieses Drecksrätsel lösen. Ohne Scheiß, Mann. Das war das Rätsel, wo wir am meisten gelaufen sind. Also, wir sind noch nie so weit und so... Soll ich ins Mausoleum, ja? Ja, ja. So weit sind wir noch nie gelaufen für ein Rätsel. Ich glaube auch nicht, dass es stimmt, was du sagst. Ja, weiß ich nicht. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe. Die Frage ist, funktioniert der überhaupt noch? Weil das war damals ein Synthesizer, glaube ich. Wo muss ich denn hin? Der hieß Synthesizer. Ich weiß es nicht. Irgendwo hier jetzt lang. Und dann? Auf jeden Fall nicht da zu diesem komischen Gang da, wo die komischen Treppen da sind. Da nicht rein. Also, jetzt genauer. Nicht in den Garten. Garten? Mann, das heißt Garten, das Ding. Ach, lass mich doch in Ruhe, ey. Mach... Aha. Mach's nicht nur. Da ging's nicht weiter. Da geht's in den Garten. Ja. Nee, da geht's noch nicht lang. Du musst jetzt hier jetzt links und dann müsste es noch eine Abzeugung geben. Ja, einmal links hinten und jetzt hier. Und hier kommen wir, glaube ich, aber in die Bibliothek. Was auch nicht so hilfreich ist. Und da haben wir dann den Film gefunden. Ach so, ich weiß, wo lang. Ja, doch, geh mal zurück. Geh mal zurück. Geh mal zurück. Du bist eh dran, also. Ja, ganz auch schon mal Vorlauf. Dann nehme ich doch jetzt hier links rum. Mir fällt's nämlich gerade so da ein. Ja, dann mal zu mir. Und dann ist es nämlich da in dem, ja, in dem Komplex, was ja im Prinzip das gleiche Gebäude ist, wo auch so wahnsinnig rumlaufen. Da müssen wir jetzt nämlich doch durch die Dingens Tür. Da ist oben dieser Orztraum. Und da gab's nämlich noch einen Raum, glaube ich, mit diesem Gerät. Wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe einfach, dass es hinhaut. Rechts, glaube ich. Ja, und da drin müsste es sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, ist ein Traum. Ist ein Traum. So, und bitte funktionieren, ey, bitte. Das geht zumindest. Jawohl. Äh, Traum. Weißer Gottesstein. Alles klar. Und dann, mit diesem weißen Gottesstein, verabschieden wir uns in den nächsten Part. Wir müssen noch ein, ein Ding machen, oder vielleicht noch zwei. Man weiß es nicht. Zwei, ähm, ja, Umwandlungen machen. Und dann haben wir endlich den richtigen Gottesstein. Und dann hauen wir das Ding auf die Waage. Und dann mal gucken. Ja, wir sind fertig doch. Hä? Na gut, ich weiß es nicht. Genau, wir sind jetzt im nächsten Part. Macht's gut. Morgen 21 Uhr geht's weiter. Let's play. Ja, nirgendwo und Part 41. Ciao, ciao.